Weil ich glaube, dass die Dings hier relativ kurz sind mit der zweiten Kampagne, wenn wir bedenken, wir haben jetzt schon die Händlerstufe 3 schon teilweise abgegradet und wahrscheinlich kommt nach dem Arena nicht mehr ganz so viel, würde ich mir gut vorstellen können. Ich weiß nicht. Weil jetzt, na gut, wir sind auch schon bei den Level 2 Gegnern, ne? Naja, wir sind jetzt schon bei der Ebene 6 oder so von den Gegnern her. Ne, Ebene 7 oder so. Wir sind jetzt schon bei der relativ frohen Gegnern, sind wir. Ja, 5 bis 8, glaube ich, gegen die Ebene. Ah, hier ist die Arena, ne? Was, nicht 6 bis 9 oder so? Ne, 5 bis 8. Keine Ahnung, was weiß ich. Aber hier kommt kein Endboss, ne? Der Endboss ist der Krillist, ne? Wahrscheinlich. So, warte mal, wir haben den Schlüssel. Oh, shit. Oh, hier ist der Boss. Hier ist der Boss, ja. What the fuck? Was machen? Was ist das? Ach, das müssen wir auf die Münder schießen. Oh, das Ding macht viel zu viel Damage. Wer bei mir? Oh, fuck. Oh, fuck this shit. Rob ist tot. Rob ist tot. Nein, doch nicht. Lass dich mal auffrissen und fokuss nur vor dem scheiß Ding. Boah, ich kann gar nicht so schnell rinnen. Oh nein. Wie soll denn dagegen Damage machen? Ich habe keine Ahnung. Wir machen ja ein bisschen schon irgendwie. Ja, wow. Mach doch nur 26. Ja? Alter, das geht doch gar nicht. Ich bin tot. Gar nicht. Oh, Gott. Wo seid ihr? Ich renne gerade einfach nur weg. Okay. Oh. Oh, Mann. Das ist zu schnell, Mann. Hey, komm, da übertreiben wir jetzt aber hier ein bisschen, ne? What the fuck? Heimer, bitte. Oh, weg hier. Toll. Wir haben einen schönen 23 Schaden gekriegt. Jetzt muss doch hier irgendwo einen Safe-Spot. Oh, fuck. Nein. Jetzt habe ich fast Fliegen bei mir. Ich bin der Einzige, der Schaden macht hier. Ich versuche auch gerade... Oh. Oh, shit. Oh, nein. Ich bin fucking melee. Ich kann keinen Schaden machen. Geht aber. Oh, ich bin fast tot. Ich brauche Heilung. 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 Das brauche ich. Ich bin tot. Ich bin noch nicht tot. Ich bin in die Fliegen gerannt. Nein. Zehn. Neun. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Ich lebe noch. Oh, nein. Ich bin in die Fliegen gerannt. Viel Spaß. Zwölf. Viel Spaß ohne mich. Ist er gestorben. Ihr rennt doch nur weg. Ihr macht doch nicht mal Autotrakes. Ich habe wenigstens... Was soll ich denn machen? Das ist ein bisschen was da weg. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Ich bin tot. Ich bin tot. Oh, ich lebe noch. Das ist ein bisschen was ich da wegge... Das kommt von mir. Ja. Ich weiß auch nicht. Warte, bis der Mund aufgeht. Warte, bis der Mund aufgeht. Und dann direkt dahin gehen. Kurz zwei, drei, vier Attacks machen. Dann wieder wegrennen. Ja. Genau. Mach den Mund mal auf. Lass du... Ne, es rennt dahin. Geh halt dahin. Und mach da... Nein. So, jetzt rennt dahin. Und mach den... Mein Gott. Warte mal. Jetzt rennt dahin. Boah. Du kannst doch durchschargen. Ja, genau so. Jetzt rennt dahin. Mann. Da. Guck. Da. Da. Lass dich killen. Das versuchen wir jetzt nochmal. Oh, Gott. Ich habe überhaupt einen Checkpoint aktiviert. Ich weiß gar nicht, wo wir starten. Ob wir die Skelette nochmal alle besiegen müssen. Oh, Gott. So, jetzt... Kann der jetzt... Ja. Ja, lass dich töten. Das ist eh kein Schock zu sein. Ey, diese Movement Speed. Die regt mich einfach so auf. Der stirbt auch. Oh, Gott. Quit. Oh, man wird Multiload. Ähm, Temple of the Sun. Ja. So, warte mal. Kommt nochmal rein. Mhm. Ah, ihr seid schon rein. Ne, ich bin drin. Du sollst über die Steam Cloud joinen, Zombie. Ich bin ja eh noch online. So, da haben wir jetzt... Ja, wir haben das Upgrade hier schon, okay. Och, man. Ich hasse es, wenn ich auf der falschen Position bin. Jetzt wirst du wieder umgewöhnt. Du weißt jetzt Taktik. Wir fahren rein. Warten, bis sich das Mall öffnet. Und dann rennst du da hin. Ja. Und dann rennst du da hin. Dann machst du einzelne Auto-Attacks. Und dann rennst du da hin. Wirklich. Wirklich. Das hört sich so einfach an. Ist es aber nicht wirklich. Ja, meine Bomben machen dagegen keinen Schaden. Hast du die Scheiße? Ich hab grad Damage gemacht. Sag nicht, ich mach keinen Damage, Zombie. Ich hab schon dreimal Damage gemacht. Ja, ich... Meine Bomben sind so lahmarschig. Ich hab die wieder schon verloren hat. Oh nein. Ich lass die Sonnenstürme, ey. Ja, ich auch. Weil die kommen einfach out of nowhere und das sind... Oh. Ich brauch Healing. Ich brauch Healing. Oh. Gott. Oh, sehr gute Ziele. Ich überlebe immer noch. Ich brauch nochmal Healing. Nochmal. So, jetzt kann ich einen Hit überleben von dem. Das Problem ist, jedes Mal, wenn ich heile, krieg ich dann den Schaden ab. Das fuckt ein bisschen ab. Wir bleiben auf einer Linie. Da kommen die Mütter ganz oft. Da kommen... Dann können wir wenigstens ein bisschen Schaden machen. Guck mal, der hat schon ganz viel verloren. Aber die Chance, dass wir erwischt werden, ist auch relativ... Komm mal, hier ein bisschen Emotionen zeigen, hier. Okay, okay. Bisschen motivierter seid. Ah! Oh Gott. Nein! Healing! Irgendwann Healing! Boah, warum sind die ja die ganzen Länder? Weil wir an einer Stelle stehen. Scheiße, ich bin im Sandsturm. Ich brauch aber Healing zweimal. Was ist das für ein scheiß Ass? Danke. Ah! Der Typ, der sich Ass ausgedacht hat, der muss Koreaner sein, ey. Soll ich den besiegen, man? Nein, wir teilen uns jetzt wieder auf. Neue Taktik. Wir teilen uns auf. Und ihr macht einen Mund alleine. Da bin ich auch eher für, muss ich gestehen. Da brauch ich noch ein Helikon. Du hast drei Münder bei mir. Ich komm zu dir. Nein, ich bin in die Fliegen gerannt. Der macht erst was, wenn die Sandstürme kommen. Oh, ich hab noch 16 Leben. Bam! Bam! Oh, das sieht bei mir auch nicht so viel besser aus. Komm, Bewegung. Oh nein, Sandstürme! Der lässt uns in Ruhe, wenn die Stürme weg sind. Da kannst du uns teilen. Boah, wie viele scheiß Augen sind denn? Der bleibt, der lässt uns in Ruhe. Die Stürme sind weg. Heil! Sehr gut. So. Danke. Konzentration, das ist einfach. Das schaffen wir. Das ist einfach. Das ist ein Geduldskampf im Grunde nur. Das ist ein Geduldskampf, ja. Ah, ich hab grad Ruhe. Hier ist grad kein Maul von dem. Oh, aber dafür einen Sandsturm. Oh, ich hasse den Sandsturm. Ich komm da nie raus. Ich kann einfach rauschargen. Das ist das Angenehme. Weißt du ja? Oder wir stehen wieder auf einer Stelle. Das ist scheiße. Ich weiß, das sind wieder viel zu viele auf uns. Ich geh nach oben rechts. Na gut, dann bleib ich oben. Wie schön viel Platz ist, um Schaden zu machen. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Nein, tot. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Jetzt bin ich noch drauf gegangen, man. Dieses scheiß Healing, die machen mir einfach über die Hälfte meines Lebens weg mit einem Hit. Ich überlebe einfach nur einen einzigen Hit von denen. Nein, du überlebst zwei Hits von denen. Fuck you shit. Nein, beim zweiten Hit bin ich tot. Ja, also. Die ziehen mir 26. Wir stehen wieder auf einer Stelle. Oh, ich brauche Healing. Jetzt bin ich schon wieder tot. Ja, wir haben zu viele Boiler-Hits für uns. Das ist so kacke. Toll, ich überlebe mir immer noch keinen Hit. Ich muss mindestens 26 HP. Und dann kam der Sandstorm. Oh, man. Okay, das schaffen wir ohne dich. Das würde ich sehen. Wobei, eigentlich nicht überraschend. Zombie macht ganz gut Damage, wenn ich mir das Leben ansehe bei jedem Hit. Oder zumindest arbeite ich jetzt zusammen und ganz gut dran. Guck mal, 1 ist tot. Hat der sich jetzt gerade geheilt? Dadurch, dass du irgendwie ein Ding gekillt hast? Huh. Boah, das ist ein... Ich habe Heilung. Nein. Oh nein. Scheiße. Ich mag die Vieh hier überhaupt nicht. Eins habe ich schon mal getötet. Das ist schon mal gut gewesen. Oh, lass dich töten. Da schaffst du nicht allein. Du musst gleich einen dritten Versuch starten. Man, verwirrt mich nicht! Mpx, mach Rockmusik. Mach so richtig Metalmusik jetzt. Geh, damit der so... Five Finger Death Punch. Passt da gut. Oh Gott, das war schuldig. Das Gegner. Das ist okay. Auf jeden Fall aufteilen. Das ist die beste... So, wir können wieder reinjoinen. Oh, ich hätte mir echt einen Health Pool holen müssen. Das regt mich gerade richtig auf, dass ich es nicht habe. Versprechung. Ne, das war jetzt der Tag, das habe ich versprechend. Hasse, 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 Hasse. Hasse, 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 Hasse. Wampx unten, ich oben links. Wenn die Sandstürme weg sind, lasst das Vieh uns in Ruhe. Das heißt, wir rennen... Also Rob und ich... ...rennen zu Wampx, lassen uns zwei Sekunden heilen, rennen wieder in unsere Position. Ne, wo soll ich hin? Unten links? Einfach unten. Beide Seiten abdecken. So, ich renne direkt nach oben links. Und Rob... ...ich bin in die Flieger ran. Oh, bei mir sind direkt drei Sandstürme, weißt du das? Wir sind fünf! Jetzt ist einer noch. Wir fokusen, versuchen einen Sandsturm zu fokusen. Einen Sandsturm, du machst mein Maul? Ich brauche Healing! Ich brauche Healing! Alter, konzentriere dich doch mal. Wir sind fünf Mäuler, ich brauche wirklich Healing. Der kommt zu mir, du weißt doch wo ich bin. Ne, ich kann nicht gerade gerade... Während der die Sandstürme macht... Ah, ah, ich bin... Ich bin... Ich habe Healing benötigt, was... Ich weiß, aber da waren zwei, drei Mäuler bei uns gewesen. Ja, und die waren auf mich fokussiert, nicht auf dich. So, jetzt brauche ich keins. Hehehe. Ah man, warum kommen die gerade nicht hoch bei mir? Komm. Ich fühle mich so getrollt von dem Fuckvieh, ey. Das Vieh ist so eigentlich so... Das Vieh ist gar nicht so schlimm. Ja, ich brauche mehr HP! Wenn ihr euch ja mal sterben würdet! Ich brauche mehr HP, sonst kann ich das nicht... Du rennst einfach weg! Und machst ein paar Auto-Attacks. Junge, dann kommt ein Sandstürme einfach random vor mir und dann bin ich tot! Weil das Maul mich dann immer... Kommen wir immer an der gleichen Stelle! Seit wann kommt ihr immer auf der gleichen Stelle? Ich halte das Maul. Irgendwann habe ich jetzt mal länger... Oh nein! Wenn man es... Ganz ehrlich, wenn man es ganz genau nimmt, hast du nicht länger überlebt, weil du schon dein Leben verbraucht hast. Aber okay. Oh... Mann! Fickst Maul, so. Warum rennst du denn mitten in den Sandstorm rein, Vanpex? Ich wollte gucken, was passiert, aber man... Oh ne, ich bin tot! Ich bin sowas noch 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 tot! Mann! Ey! Dieser Sandstorm! Ihr seid einfach nur zu blöd! Hey! Wer überlebt daran, Dings? Ja Rob, du bist zu blöd! Ich kann... Ich kann mit meinem Equipment gar nichts gegen dieses Viech machen! Gar nichts! Mann! Kommt doch raus! Ich kann's mehr machen, dass man scheuert! Ich brauche einen Move mit Speed von 3000, entweder um dem Vieh endlich zu kommen mit meinem HP, oder ich brauche mehr Leben. Inzwischen überlebt Maul einfach so schon länger als sonst. Boah, ist das scheiße! Meine Güte! Ey! What the fucking hell, Alter! Dieser Boss! Wer hat sich diesen scheiß Boss ausgedacht! So, ihr könnt wieder reinkommen. Ich kann mit Rob stimmen. Ich überleg' gerade... Komm! Versuch' nicht zu Strom! Versuch' nicht zu sterben! Ich überleg' gerade, ob wir den weiter probieren sollen, oder ob wir... Ich glaube, noch ein anderes Gebiet haben, was noch vielleicht unentdeckt ist. Es gibt kein Gebiet mehr, soweit ich weiß! Wir versuchen den weiter, komm! Es gibt, meine ich, nur noch das Gebiet! Oder... Obwohl! Es gibt theoretisch noch eine grüne Brücke in dem letzten Gebiet. Also in dem hier. Es gibt hier noch eine grüne Brücke, ist die Frage, ob hier noch irgendwo der Schalter zu finden ist. Boah, das kann doch nicht sein, ey, Leute! Ja, dieser Boss ist fucking nervig, aber machbar! Er ist machbar, ja! Er ist total machbar! Oder ist hier nur noch... Ne... Ist hier ein Weg? Oder ist das Ende? Das ist meine Frage. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich auch nicht, aber wo sind wir bitte... Also eins stört mich an dem Spiel, man kann die Map nicht suchen. Das würde ich... Das wir auch weiter versuchen, oder? Von mir aus, aber... Ich weiß nicht. Wie gesagt, das mit dem Movement ist einfach irgendwie ein bisschen kacke für mich. Wenn wir schaffen könnten, dieses grüne Ding hier runterzulassen, wäre das eigentlich ganz praktisch. Rob, renn einfach nur weg! Leichter gesagt als getan. Und warum die ganze Team... Das ist doch beim ersten Mal... Hm. Oh Gott, das kann jetzt was darum, dass ich bei euch bin. Hm. Interessant aber... Arena. Ja. Ja, es ist halt echt kacke, dass du dir halt keinen Lifepool geholt hast. Aber ich glaube, ein Lifepool gibt dir eh nicht so viel. Es würde mir wahrscheinlich genügt geben, um einen zweiten Hit zu überleben. Das wahrscheinlich schon, ja. Und das ist eigentlich das, was ich auch brauch. Ach so, das sind die ganze Schlange... Du hast noch nicht viel mehr Leben als ich. Ja, aber du überlebst... Wie viele Schaffen kriegst du von dem? Gehe ich mich mal? Ähm... 23, oder? Ja, ich krieg 26, musst du bedenken. Und ich hab 40 HP. Dann... Ja, dann Zombie überlebt 2, du überlebst... Ne, Zombie überlebt 3 und du überlebst 2 und ich überleb... ... was weiß ich wie viele. So. Ich glaub ich hab das... Boah scheiße. Ne. Ich hab das Gefühl, dass es irgendwie eine größere Variante von dem Maul gibt. Ja. Ich überlebst den gar nicht mit meinem Spell, das ist scheiße. Ich brauch Healing gleich. Ja, jetzt überlebst wieder einen Hit. Danke. Ach, wir sind jetzt schon direkt gestorben. Ja. Fremd. Ja. Ne, ich brauch doch keinen. Du brauchst keinen. Boah, ich hab 4 Mauler gerade bei mir. Ja. Ich hab hier 1, aber das will nicht raus. Ich hab hier mehrere. Komm. Komm, geht raus, geht raus, geht raus. Danke. Hm. Shit. Danke. Volles... volle Konzentration hier. Wir haben hier grad wenig Mauler. Vielleicht müssen wir uns auch als Gruppe zusammen wegbewegen, dass die Mauler dann, sie vielleicht wirklich random über die Map gehen und nur bei einem gewissen Range Indicator irgendwie nah an uns rangehen. Dass wir dann versuchen, uns auf einen Maul zu flussieren und... Oh shit, ich bin mitten... Ich komm hier nicht mehr raus in den Sandsturm. Ah, jetzt. Hat er sich zum Glück aufgelöst. Scheiße, da ist ich direkt am Anfang das Leben gewastet hab. Das sieht noch nicht gut aus. Ich brauch Healing. Ah, ich brauch noch einen Healing. Sonst bin ich... Okay, danke. Danke. Wäre gut, wenn du es nochmal machen könntest. Die Hähne hauen ist nämlich ab. Danke. Danke. Ja. Oh fuck, mitten im Sandsturm. Ich... Fuck mitten im Sandsturm. Bitte. Heil mich bitte. Ah, du hast sogar überlebt. Krass. Komm, Konzentration Leute. Die Hälfte ist weg. Hm. Gleich stirbt das erste Maul. Und dann die zweite Kampfhase. Rass das Ding dann auch komplett aus. Ja, wir sind jetzt über den zweiten drüber. Die Sandstürmer ringen mich auf, ne? Mich auch. Und dann kannst du dich leider auch nicht verstecken wegen der scheiß Fliegen. Komm schon, werd aggressiv, du fuckvieh. Werd aggressiv. Ich bin so froh, wenn das nicht aggressiv wird. Ja, aber sonst kommt halt auch kein Maul. Die Sache ist, wenn die nicht aggressiv gehen, können wir heute auch keinen Schaden machen, ne? Komm. Geh raus, geh raus, geh raus, geh raus. Ah, da unten wird super. Ja, immer dazu haben wir noch einen Hits gelandet. Drei Hits. Oh, meine Bomben kann ich ja nicht einsetzen. Das ist zu unkalkulierbar. Mann, ich hab' ich dir verdient. Es läuft gut, Leute. Es läuft echt gut. Ey, meine Feuerbombs, die sind so lahmarschig, meine Autotacks. Sehr guter Zealing. Nein, mitten im Sturm, mitten im Sturm, mitten im Sturm, mitten im Sturm. Wie das aussieht. Ah, ich lebe noch, Leute, ich lebe noch. Müsst, ich war nicht in der Range. Alter, die öffnen sich gar nicht mehr. Müsst, die ist vorsichtiger geworden. Jetzt muss man erkennt, dass wir mit Taktik im Ziel vorgehen. Komm, Konzentration, bitte. Nice session, ein Auge. Auge? Ein Mund ist schon mal weg. Nice. Zwei. Nice, Leute. Nice, nice. Das hätte ich aber gerade blöd getroffen. Guck mal, wie ich Leben das noch hat. Komm schon. Genau, drei Mäuler. Ja. Boah, ich hasse meine Autotacks. Ich kann fast gar nichts machen in dem Kampf. Ich überlebe nichts und ich greife viel zu langsam an mit meinen Autotacks. Warum hat das noch so viel Leben? Ja, wahrscheinlich die restlichen Mäuler, dass das deswegen nicht ordentlich kalkuliert werden kann von der, äh... Vor allem, das sieht so aus, als würde er sich die ganze Zeit wieder heilen. Ja, ja. Ja. Aber woran denn, bitteschön? Es ist ja nicht so, als würde er uns erwischen, oder? Nicht wirklich. Vor allem, der Balken, äh... Ist ja auch so, ähm... Der ist ja total buggy, der Balken. Vor allem rumzittern, ja, ne. Ja, wahrscheinlich echt, weil... Guck mal, jetzt ist Maul gestorben, jetzt ist das wieder mehr Leben. Wahrscheinlich ist das echt so das Leben der allgemeinen, äh... Mäuler. Differenz irgendwie so, oder... Ne, das... Der Durchschnitt der Mäuler, genau. Ja, aber, what the fuck, warum gehen die aber jetzt auch nicht mehr auf, richtig? Ne, dafür haben wir jetzt weniger Mäuler. Wir sollten echt zusammenbleiben, wie gesagt, weil... Wenn ich alleine vom Maul gefickt werde, hab ich keine Chance. Warum hat das denn voll so... What the fuck?! Ne, guck doch mal, jetzt ist nur noch ein Maul da, oder so. Ach so. Vielleicht wird das jetzt wirklich nur noch 3 Viertel HP haben. Hab ich doch gesagt, das ist ein Durchschnitt aller Mäuler. Ja, guck doch mal, wie schnell das wegdauern geht. Ja, ich hab doch gesagt, das ist ein Durchschnitt aller Mäuler, die noch am Leben sind. Ja. Leute, wir schaffen das. Jetzt können wir aggressiv auf das Vier drauf gehen. Ja. Okay, jetzt hat ein Maul, scheint noch am Leben... Ja, da ist es. Okay, diesmal kriegen wir den Kampf wahrscheinlich hin. Ja, einfach mal mit... Ich könnte... Mit Pech könnte ich noch sterben, dadurch, dass die... ...Samtdünnen mich irgendwie umbringen. Aber... Aber wir machen das halt grad echt gut mit Taktik. Das ist grad scheißegal. Das ist grad so scheißegal. Oh, Leute. Oh, die Dune Sharks. Boah, Alter. Boah, das wird scheiße, ey. Aber wir haben es geschafft, Leute. Oh, jetzt kann der nicht Special Final Fantasy Musik machen. Ja, richtig Special. Oh, ich bin so froh, dass ich bei der Dune ist. Das ist ja... Okay. Scheiß, Heiden ist so wichtig. Ja, Heiden... Ohne Heiden... Eigentlich der Priest ist die wichtigste Rolle hier im Krieg. Ja, oder halt Paladin, wenn du ihn hast. Paladin hat zwar weniger, aber er Heid auch. Ja, aber seine Heileffizienz ist halt eben nicht ganz so gut. Gut, für ne Gruppe, wenn die jetzt so geschwächt ist wie wir. Für ne Gruppe Fight bei uns war das jetzt nicht so schlecht. Es ist halt... Gruppen hier. Mach one up. Noch five up. Nice. Boah. Ja, mal gucken was der Typ jetzt so zu sagen hat. Oh, you made it. I didn't think it was possible. Guess I will update the sign then. Boah, wir sind umsterb dich. Wir sind auf dem Schild. Survivors three. Yes.